Ich sehe den hier nie auf der Karte, ist er tot? War den getötet? Wie sieht der aus? Wie heißt der? Äh, war... Dirk, hier liegt was für dich. Wen, Team, wen, 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 wen? Wer starb für dich? Wen, es sieht aus wie ein kleiner Junge. Wie ein kleiner Junge? Du kannst, kannst nur ich sehen. Beste Ware für Trevor Roger 2. Ähm, ja, und wer ist das jetzt? Ladenstufe, ne, ach so. Der da ist. Wen ist Bauarbeit, er genießt Zeit auf der Insel und gibt sein Bestes, die Apokalypse zu ignorieren. Er arbeitet nur, wenn er muss und hat keine Scoopel sich durchverkauft von allem, was er findet kann, zu bereich werden. Machen wir. Wanns Ding ist etwa 36 cm lang. Dirk, wirst du suchen, Wann? Der hat was für dich. Der Top-Trux ist Teil bloß. Machen wir lieber was anderes erstmal und den können wir ja nebenbei mitmachen. Der merkt doch, der merkt doch Dirk noch nix. Der vorrichtige Monster. Hier ist doch, Wann. Hier ist er doch. Wo? Was? Hier! Ja und? Der Handel steht bloß da. Da haben wir noch nie die ganzen drei Uhren. So, nächste Quest. Ich hab gedacht, dass der wohl verkoppte Kunden wieder anbietet. Haha, Quest erledigt. Oh, da war ein Verkoppte. Was waren jetzt hier? Motor-Teile, Direktor-M-Teile, Proptionen, Wasserflaschen. Ja genau, nebenbei alles sammeln. Welche Quests nehmen wir jetzt zusätzlich? Wie nach oben? So hab ich auch was gewählt. Wartet mal. Ach, was will ich denn bei U? L. Ja, gleich die Stärkste hier, wa? Ja, aber ich ziege das wieder raus. Hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hier läuft das Lied von Sentzy. Hier, weg hier. Ich werde auch dein Wudu Wudu. Ich guck mal hier runter. Wo gehen wir denn jetzt nicht hier? Nein. Minen machen Boom! Ja. Oh, das ist voll dreckig. Du stehst doch auf dreckig. Du stehst doch auf dreckig. Ja, dreckig ist das gut. Da kommt kein Wudu. Da kommt kein Wudu. Ich hab keinen Ausdruck, aber ich bin schon mal gepreuzig. Ich bin schon mal gepreuzig. Ist auch da unten drin 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 drin. Ja, ja, dann lock mal ein, du hast doch. Du hast doch keinen Ausdruck mal jetzt. Da rennt n einfach. Und die andere Meute rein. Ist ja Autonipp, oder? Na ja, können wir auf Autonippen. Minen machen Boom! Was hat denn der Schönes? Ah, selbst mal da. Die nächste rechts rein wäre auch noch ne Aufgabe gleich. Ja, das können wir auch mitnehmen, was... Ja. Ich fress noch mal kurz was und dann können wir los machen. Ja. Ey, Sven! Toll. Hat mir zu lang gedauert. Oh, klasse. Ich kann auch wieder wechseln. Mach doch. Hast du da einen, ach so, Strumpfhalter ist das. Oder was? Guckst du, nö! Oh, Strumpfhalter. Gaff nicht, wie so blöd der andere Heckler. Oh, ja. Komm, ich fahr dich gegen Boom. Die, dass es hier wie Indien wird. Pass mal, hier muss das Fass sein. Los, wir müssen noch aussteigen. Komm, steig aus. Ist es noch vorne bei der Tankstelle? Jo, hier ist es. Hier, nimm's mit. Sag dich LeCop dazu. Wo muss das Fass hin? Äh, zu den hier unten, wo wir die Kamera hin gebracht haben. Der ist doch nur eine am Zaun gewesen. Ahhhh. Warte. Welchen bin ich meiner? Ja, 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 ja. Nee, ich hab echt keine Ahnung. Wir brauchen noch zwei Tage, um die ganze Map hier zu kennen. Ich muss... Ich hab aber... Ja, ja, ich hab da schon ne Ahnung, wo der sein könnte. Sag mal, kann das sein, dass... ...dass der Jeep hier auch wieder so nette kreisige Bus hat? Hehehe. Ist doch ein Bus. Ja. Aua. Nee, hier rein. Danke. Danke, schon. Hey, Dirk, guck mal nach hinten. Hier ist er doch. Hier ist er? Nein, hier oben ist er. Das ist der Kunde. Nein! Ach, das ist der, der wollte das Haar. Ach, dass du alles haben. Dass der alles haben will. Dann schieb mal hoch das Fass. Hier. Wo denn? Ja. Hinter dir. Ich muss mich beeilen, hier kommt so ein Explosionsdingel. Ich hau sonst Fass dagegen. Was soll ich jetzt mit dem Fass hier? Ich weiß, ich spreng das Fieder mit in die Luft. Nee, dann sollst du noch den gehen. Nein. Ich spreng das Fieder in die Luft. Bist du auch so? Ja. Oh, voll zermetzelnd. Das war grad nicht geil. Was denn? Du bist auch Bock und du bist ein Einzelteil. Ja. 1.000.000. Naja. Ja, wie das verdient war. Dann müssen wir auch Bock machen. Der hat doch gesagt, der wird Benzin dort oben haben. Ist doch der. Der hat doch gesagt, der will das haben. Bleibst du verstehen, Bengel? Nö, ich bin sauer. Lass mich doch nicht an die vier Blöde verkaufen. Ne? Ich komm doch nicht rein. Von der Wäsch. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Wie komm man hier rein zu denn? Wo solltet die was? Nein! Soll ich dich überfahren oder was? Was war? Was machst du du? Uh, Klebeband. Ich bin sauer. Hat doch keiner gesagt, was du? Klingwaffen Stufe 4. Cool. Hätt ich schon fast wieder überfahren. Uh, ich hab's einfach. Was hast du gemacht? Was? Das, das war doch der hier. Oder warte mal, müssen wir hier unten wohin fliechen zu gehen? Lensig, genau. Warte mal. Bunko wieder mitnehmen. Ja, das ist ja feuchbar. Warum? Na, was ist los mit deinem komischen Typen da? Du kennst Kanister, ja? Warte mal, ich muss mal gucken, wo der ist. Du musst rechts einlegen. Drück doch mal auf C. C? Jetzt war der Fleisch hab ich. Da sind vier Stück selbst. Ach, hier soll ich hinfahren. Okay, den fahr ich tot. Ey, cool. Ach, wie ist das? Wir werden alle drauf gehen. Oh Gott, ich hab Schuhe. Das geht nie. Was geht denn? Wir werden alle aller mich sagen, ich bin auf Kilken. Es ist ja nicht so schlimm, wie er geredet. Jetzt ist alles zu kommen. Komm, wir werden alle aufgelden. Was geht denn? Wir werden alle aufgelden. Wir werden alle aufgelden. Wir werden alle aufgelden. Ich bin aufgelden. Komm wir weg. Wir werden alle aufgelden. Wie wird Widerling zu hinterher? Let's go there. We need to go that way. Let's go there. Oh, der Kamera will ich aber. Wer ist denn? Wir sollen den anderen liefer rein gefilten. Was ist denn da wichtig? Was? 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 Okay, das Auto jetzt muss noch leuchten. Hey, ich sehe euch. Hey, ich sehe euch als Mannschaft. Hey, ich sehe euch als Mannschaft. Hey, we should tear that car. Hey, we should tear that car. Hey, we should drive. Hey, we should drive. Let's go this way. Folge der Markierung. Was ist denn da? Ich weiß nie. Ich hab jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt nicht mehr. Komm hier, Dirk. Come on, this way. That way. Hey, hey, wir werden noch hier. Wir werden noch hier. Nee, die Gurge. Die Sackgarninha. Hey, we should try that car. Hey, how about we use this car here. Let's go this way. We need to go this way. I thought I stepped here to the hirve. Was ist denn la witte? Was sagst du? Mom, wir sind hier. Der war nicht hier, der wird wieder hier rum zkunt. You might want to look at this. Er hat uns... er hat uns umfahren. Wir auch? Sag mal, Theo, holzt du noch unsere Markierung? Was ist das? Ich gehe hier gleich mit dem Computer, pass auf. Ich bin ja schon mit mir, hey, guter Scheiß hier. Ihr schreibt doch doch mal. Komm hier für dieses Auto? Hey, seid ihr? Nuh, musst auf C drücken. Ich denke, wir fahren mit deiner Auto. Ich steig mal hier raus und gucken, dass hier schön ist. Hier ist ein Heft. Auf der Wand klickt ein Heft. Ich gehe mal hier hoch gucken, wenn wir mal hinkommen. Vielleicht gar ihm lang. Bis der hier ist. Oh nee, ich will nicht hinter dir steigen. Kletter mal schnell hoch. Was sind wir denn hier eigentlich jetzt? Was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier? Hier oben ist ein Tempel oder sowas. Wir machen wir da oben lang. Ist schon Mieter Tempel? Ja, das ist so eine Art Tempel oder sowas. Ich weiß nicht, ich will mal gucken gehen. Ne, wir müssen mal weg zurück wieder. Oh, hier liegt was. Was denn? Geld, Geld, Geld. Over here, take a look. Minnen machen bumm. This way. We need to go that way. Let's go this way. Let's go this way. Ach, das nervt da mit diesem komischem Teil schröck. Hey, something interesting here. Hier müssen wir durch. Follow me. Come on. This way. This way. Follow me. This way. Go that way. Come on. This way. Come on. This way. Let's go this way. Come on. This way. This way. This looks interesting. Hier geht es nämlich rein, ne, weißte? Let's go there. Come on, this way. Help me with this one! Da Brennwäh ich da drin ne? Oh, nee. Sacken. Oh, that's unfair. I have no idea. What do you want? Oh my God. What do you think? What do you think? What do you think? There are three people. We're coming! Duh 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 duh. Duh 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 duh. Duh 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 duh. Duh 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 duh. How is that? It's worth it here to come. What is that? Uff gift. What is it in the kitchen? I don't know. I have no idea. So a tofu tonfo. Cool, tofu. Tofu. Nee, tofu. Tofu. Das ist tofu. Das ist was einfaches. Hey. That goes onmal because of your... Vielen Dank.